Ja, willkommen zu Inside. Ein kleines Spiel von den, ja, Limbo-Machern und das ist der Startbildschirm. Ich drücke X und huch. Okay, wir sind ein kleiner Junge, so wie huch. Wir haben einen roten Pulli an. Und eine schwarze Hose und haben kein Gesicht. Ich kann springen, ja. Ich, äh, okay. Und wir laufen durch einen Wald. Erinnert sehr stark natürlich an Limbo. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich gehe einfach mal durch den Wald und dann gucken wir mal. Okay. Relativ simpel, so wie auch Limbo. Schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, was uns in dem Spiel erwartet, was hier passiert. Noch ist alles sehr düster und beängstigend. Und was ist das da hinten? Das sind LKW, oder? Hm. Das sind Menschen drin. Okay. Hm. Äh. What the fuck? Ähm. Okay. Ja, werde ich alles nochmal machen. Ausprobieren. Flischenfango. Okay, der LKW ist weggefahren. Da war ein Mensch drin. Was ist hier? Hm. Hm. Das sind welche? Äh. Die haben Masken auf. Hm. Ähm. Okay. Er geht automatisch in die Gedukthaltung. So, gucken wir mal. Das ist aber total strange. Ein Kühlschrank. Und hier ist eine... Ah, das ist ein LKW. Was können wir... Kann ich... Ah, okay. Ich kann den... Hm. 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 Ah. So. Okay. Ich kann den Kühlschrank schieben. Sehr geil. Oh. Was machen die hier? Ach, krass. Okay. Was ist... Was ist hier nur los? Was... Was... Was geht hier ab? Huh. Oh. Äh. Huh. Ähm. Ich... Da komme ich nicht rauf. Sehr mysteriös alles. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Verloren. Nehmen wir mal die Kiste mit. Vielleicht hilft ihr uns ja. Na. Hey. Das sieht gut aus. So. Und halten sie die Jungs mit der Taschenlampe. Wir schwimmen mal hier rüber. Oder wir gehen mal durchs Wasser. Oh Gott. Äh, lauf, 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 lauf. Alter, lauf, 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 lauf. Höh, Alter. Huha, Alter. Huha. Huha. Dämlich, ja, Köter. Ich mein, ich mag Hunde und Katzen und Tiere und allgemein Tiere, aber... Huha. Nicht in diesem Spiel. Was ist hier los? Oh Gott. Was geht denn hier ab? Der arme Junge. Ich muss mir mal den Chat mal eben rüberholen, weil sonst sehe ich nicht, was da abgeht. Aber was machen die mit den Leuten da im LKW? Sehr mysteriös. Alles. Da ist die... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. What? Ähm. Was? Was? Ich bin tot. Was? Spielende. Ne. Okay. Wir müssen irgendwie anders entkommen. Ähm. Ah, hier unten ist eine Lücke. Vielleicht. Ah, okay. Ach, krass. Ach, krass. Das ist ja cool. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall schon. Sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe es mal ganz kurz angespielt. Muss ich dazu geben. Also die ersten fünf Minuten. Gut. Schleichende durchgehen. Nein, 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 nein Oh Gott. Oh Gott. Alter, die schießen auf mich. Sind die bescheuert? Warum? Warum? Oh Gott. Alter. Was ist hier los? What the fuck? Was? Ähm. Was ist das für ein Spiel? Alter. Ähm. Soll ich mir warten vielleicht? Oder kann ich tauchen? Ähm. Ah, ich kann tauchen. Okay. Oh. Ich bleibe noch mal ein bisschen unter Wasser. Vielleicht. Ah, ich steige ihn wieder ein. Okay. Ach, krass. Ah, wie cool das Gameplay gemacht ist einfach. Ist eigentlich nur eine simple Sache. Wo ist das hin? Simples nach rechts rennen und springen und irgendwie greifen. Wir sind Schweine. Hier ist eine Straße. Die Silent Hill Gedächtnisstraße mit dem Schild da hinten. Hier ist der kleine, der kleine Timmy, der hier lang läuft. Malalala, morgen schon wieder Ostern. Aber was machen die Typen hier? Oh, Maisfeld. Erinnert mich immer wieder an, ähm. An Outlast. Oh Gott, das wird so fürchterlich. Ich habe jetzt schon Angst davor. Wie gruselig dieses Maisfeld wirkt, muss ich sagen. Was ist denn ein komisches Geräusch? Äh, was ist das denn? Was ist das hier unten für gelbe Dinger? Was? Was? Ach, das sind Küken. Oh, wie süß. Ich meine süß. Ich habe übrigens die Trinity Edition bestellt. Und ich gebe da gerne nochmal, ich wiederhole es gerne nochmal. Ich gebe da gerne nochmal Geld, auch für den ersten Teil im DLC aus. Weil die haben es einfach verdient. Ganz ehrlich. Auch wenn viele sagen, du bist voll bekloppt. Guck mal, hier liegen noch mehr Schweine. Wo ist Nilo? Oh, noch mehr. Oh, wie süß. Oh Mann, die sind voll niedlich. Hallo. Okay, komm. Hier ist ein Seil. Komm ich da? Die folgen mir. Toll, jetzt gigge ich immer? Was? Jetzt gigge ich immer? Was? Okay. Aua. Was kann ich hier tun? Gar nichts, okay. Ähm. 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 Hallo Patrick. Willkommen. Patrick, willkommen zur Let's Play Live Show. Was? Ähm. Okay. Okay. Irgendwas muss da rein. Um da oben irgendwie die Kiste runter zu blasen. Ich hätte Blasen gesagt. Aber so. Ah. Oh, wie süß. Oh, die folgen mir. Oh, wie geil. Nee, oder? Ach nee, hör auf. Ach so, in demnächst kommt übrigens ein neues Let's Play auf den Channel. Ähm. Würde euch schon mal freuen. Little Nightmares. Freut euch schon mal drauf. Oh nee. Ach, hör auf. Nee. Oh. Oh. Du, 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 du. Oh, wie gemein. Oh, wie süß. Äh. Ich meine, wie süß. Oh, mal geblasen gesagt. Oh, völlig heftig. Alter. So. Jetzt sind wir auf dem Dach. Okay. Was ist denn das hier? Und vor allem, wo? Okay. Auf die Schweine helfen. Die wir wahrscheinlich benutzen müssen. Oder die Kiste. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Der Zweck. Heile ich die Mittel. Ja. Sieht zumindest danach aus. Oh Gott. Okay. Ihhh. Hier suhlen sich wahrscheinlich immer die Schweine. Hier passiert doch irgendwas. Es gibt keine Musik im Übrigen beim Spiel. Es lebt nur von Atmosphäre. Ich frage mich, wann die Typen wieder kommen. Die Typen, 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 die Typen wohin. What the fuck? Äh. Lass mich. Aua. Lass mich. Geh weg. Hö. Ähm. Wo ist das hin? Iiiiih. Wo ist das hin? Iiiih. Da will ich. Iiiih. Geh weg. Wo ist das hier? Guck mal, da hinten stehen Leute. Oder die hocken irgendwie. Ähm. Dachte, man hat bestimmt Outlast Special Teil 1 und Teil 2 am Stück. Ja, mal gucken. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Kann sein. Und was ist das hier für ein Ding? Kann sein, dass ich das mache. Wo ist das denn? Iiiih. 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 Alter, was ist das hin? Survival. Okay, das sieht falsch aus. Okay, das sieht sowas so falsch aus. Alter, das sieht so falsch aus. Oh Gott, entschuldige bitte. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen leise machen. Kann das... So. Alter, das sieht so falsch aus. Ich benutze mal das Schwein als Dach. Ähm. Ach, krass. Ach, darum läuft auch noch einer. Also, ich steuere quasi jetzt... Ich steuere quasi jetzt die Typen da hinten. Ich, äh... Entschuldigung. Ach, krass. Was kann ich denn... Kann ich hier irgendwie... Vorwärtsmusch? An die echte Flanke. Entschuldigung. Was? Erloat? Ja, erlauben war die Nachricht. So. Ach, krass. Ach, krass. Was geht denn hier ab mit dem Spiel? Alter Schwede. Okay. Juhu. So. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Moonwalk. Frilla. Frilla. Yeah. Didi-dididi-dididi. Didi-dididi-dididi. Let's get this. Frilla. Frilla. Sieht so ein bisschen aus wie Michael Jackson mit dem roten Pulli. War das nicht auch so mal Frilla? Frilla. Frilla. Und man sieht die weißen Socken dabei an und die schwarzen Schuhe. Das passt irgendwie, ne? Ja, gerne. Ich trinke mal einen Schluck währenddessen. Mal eben. Ach, wie geil. Ähm. Was ist denn da hinten? Äh, Iceman. Du musst doch die Zahl dahinter schreiben, ne? Also mindestens 50 Taler, maximal 1000 Taler. Also, Ausrufezeichen, Gamble, Leerzeichen, den Wert. Ähm. Guck mal, die sind voll benommen. Guck mal, die sind voll benommen. What the fuck? Und da ist schon wieder ein LKW. Und was ist das für eine Riesenfabrik hier? Oder was auch immer das ist. What the fuck? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ab! Da oben ist eine Kette. Da komme ich nicht dran. Soll ich mir erst die Kette? Okay. Das war einfach. Okay. Ich höre schon wieder die... Oh, ich höre schon wieder die Küken. Ich meine die Küken. Ah. Äh. Okay. Ich verstehe. Gerne. Okay. Da oben muss der Safe irgendwie hier unten durch. Oh mein Gott. Wo ist... Okay. Hier ist eine Leiter. Ich gehe mal rauf. Hm. Okay, das... Warte mal. Ich probiere mal den Schalter. Das ist aber irgendwie schon voll geil, das Spiel. Ohne Spaß. Warte mal. Ich muss das, glaube ich, drehen. Kann das sein? Ich muss ja erst mal da drauf. Irgendwie da so. Irgendwie so. Vielleicht. Kann das sein? Vielleicht so? Reicht das vielleicht schon? Gucken wir mal. Das könnte doch funktionieren, oder? Höh. Ah, cool. So. Dann schieben wir mal den Safe runter. Äh, äh, nein! Oh. Der arme Timmy. Und so endete seine Geschichte. What the fuck? Ah, nee. Ah, hör auf. Ah, nee. Ah, nee! Höh. Okay, also müssen wir ganz normal runtergehen. Das... Es macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich gehe mal ganz normal die Leiter runter. Ist, glaube ich, am besten. So ist sicherer für Timmy. Sollen wir den Timmy nennen? Okay. Ich trau mich nicht so richtig runter zu springen. Ich habe Angst, dass... Äh, 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 äh. Okay, was ist das hier? Muss ich hier lang? Was ist das denn? Huh? Was? Was sind das? Hallo? 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 Ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich gemacht? Das Kabel geht hier lang? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ist hier dunkel. Ähm. Äh, äh. Da hinten ist... Da hinten ist... Okay. Was ist das hier? Da ist eine Tür aufgegangen. Hier kann ich... Kann ich da irgendwie... Oh Gott, is das hier? Ach, ich verstehe. Oder? Thriller. Thriller. Ach, auf dem Boden sind Platten. Und rechts im Bild ist so eine Schalltafel. Das heißt, wir müssen die relativ synchron bekommen. Die beiden. Aber wie soll das denn gehen, bitte?